das ist so gleich mal gucken wenn ich Glück habe, ich dort nämlich nur ein paar Dings rumdumpeln Welcome aboard Captain Welcome aboard Captain Möleimer Fertigung jetzt habe ich denn hier strahlschätzung wo sie mal an ich habe noch eine energiezelle hier sollte unbedingt mit hochnehmen vorher noch gut ist der natürlich gut die haben an ich habe hier noch mal pflanzen natürlich nichts kaka pulver gold brauchen wir auf jeden fall kopf schwefel glas was habe ich hier noch lithium oh einmal silber jetzt aber ich brauche noch mehr silber jetzt das ist es apokor was haben wir gefunden gründet die hydration detektiv es ist ja schön wozu habe ich eigentlich sprach auf deutsch gestellt wenn das wenn das überhaupt gleich übersetzt wird auf jetzt zu kommen zu haben ich ich schweb die 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 diese wasser ja läuft doch das wasser noch und dann haben wir erstmal wir genug gut aber wir düsen ein bisschen mit der dings rum ein bisschen mit unserer seemotte rum düsen um schnell die wichtigen sachen zu suchen so wenn wir irgendwo was finden sollten dann müssen wir raus aber wir haben ja auch schon größtenteils wirklich als abgegrast aber vielleicht haben wir ja trotzdem glück irgendwo was zu finden das in der gegnerin klatscht aufpassen muss ich schon weil ich muss auch aufpassen wo ich hier laufe und zwar nicht das was ich möchte aber nur mit trotzdem auch gut das problem ist unser inventar voll ich wollte sie mehr jetzt hörst du auf wo ich sie jetzt grundsätzlich findet das weiß ich ich weiß wo ich hinfahre ich weiß dass ich hier in den fällen auf jeden fall was finde voraussetzung dafür ist natürlich dass ich überhaupt ein stein finde und es leckt ja vielleicht hätte ich den konzern mitnehmen sollen hier noch ein paar steinchen ja da jetzt vielleicht haben wir die gelegenheit wo haben wir denn da haben wir kann ruhig ein bisschen mehr selber jetzt haben davon kann ich nicht genug haben das ist so ein Goldklumpen ist er kurz vorm sterben oder wat ist das noch so ein stein? ja das ist noch ein stein da titan titan will ich gar nicht stimmt hier geht sie runter aber noch unten will ich höre ich also kommt wer jetzt klasse das will ich alles gar nicht ein Silbererz Jungs Silbererz Au Gold auch gut ich weiß nicht das was ich will aber warum sollten wir uns besperren Toolkopf ist in Köln in Köln in Köln und in Köln s in Köln in Köln ich glaube nicht mehr aber ich weiß auch nicht ob hier irgendwas interessantes war gut hört sich aber nicht da wo jemand der stadt wir ficher hier ja klar taugt direkt vor mir aufgescheißen unter unser wasser vulkan ich sehe schon nichts du musst du auch fast das wo wir aus finden stimmt hier sind ruhe wenn ich eine scheiter bin ich da also wirklich so hier geht es quasi allein stellte ich dann komme ich wieder raus weiß wo ich da oben rauskomme das ist aber nicht das so ich will ich bin aber so auf der suche nach silbererz gewesen naja gut dann sind wir bei gelegenheit auch mal hier wieder runter sind auch komische pflanzen ich kann das spiel eigentlich noch so sehr weiterentwickeln ich vermute aber auch an meiner grafikkarte oder so danke und wie soll komme ich nicht weiter hier oben gehst du irgendwo nachher hoch hier und vorsichtig hoch hier 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 kurschen die händlichen die tippt rechts fallen lassen rechts fallen lassen rechts fallen lassen es gibt hier so jetzt haben wir schon zweimal drei mal sogar gut doch